Was ist für die Magnetfabrik Bonn? Ja, wir stehen hier für die Magnetfabrik Bonn. Die Magnetfabrik Bonn ist ein mittelständisches Unternehmen. Wir stellen Dauermagnete her, das heißt aber ganz spezielle Dauermagnete, und zwar kunststoffgebundene Dauermagnete für Automobilindustrie, für Maschinenbau, für Antriebstechnik, E-Mobilität und alles, was auch heute so diese modernen Themen sind. Und deswegen sind wir, glaube ich, auch hier. Besonders stark sind wir bei zwei Komponententeilen, also wenn es darum geht, nicht nur den reinen Magneten herzustellen, sondern das Ganze in irgendeiner Form mit einem Kunststoffteil zu verbinden. Ganz stark sind wir geprägt natürlich von unserem Kundenkreis, das heißt Automobilindustrie, das heißt diese Fertigung von diesen Bauteilen, das läuft alles in relativ großen Stückzahlen. Das heißt, es sind Spritzgusswerkzeuge, dahinter also Spritzgussmaschinen mit Werkzeugen und wir fertigen auch die Werkzeuge bei uns im Haus selber, das ist schon ein ganz großer Vorteil. Und da steckt auch das Know-how dahinter. Wir können hier bereits das Werkzeug so auslegen, dass die Magnetisierung nachher so ist, wie es der Kunde braucht, wie die Anforderungen sind, ganz speziell. Und wir fertigen in Bonn mit unserer Gemeinschaft und beliefern also Europa und auch teilweise eben USA und Asien.